Einen wunderschönen guten Tag, liebe Teilnehmer und Teilnehmerinnen. In dieser Lektion werden wir uns ein praktisches Beispiel anschauen und zwar über das, was wir bisher gelernt haben. Es geht hier um die Anwendung der vier wichtigen Positionierungsregeln durch das Schreiben von Inhalten. Wir beginnen mit der korrekten Anwendung eines Rechensystem bis hin zu einer Strategie. Dann werden wir prüfen, dass unsere Keys gut positioniert sind. Dies dank der Hilfe einer korrekten Semantik und zu guter Letzt werden wir uns die korrekte Verwaltung von Tags in unseren Seiten anschauen. Wir gehen dann zur Kontrolle der Keys in der Sitemap über. Genauso werden wir die korrekte Anwendung der Usability-Regeln und deren Kapazität überprüfen. Wie Sie wissen, die Kapazität liegt bei einem WordPress wie diesem bei maximal 500 Keys. Wir haben ein WordPress ausgesucht und kein Engine, weil WordPress sehr oft verwendet wird. In diesem Falle haben wir uns für das von localaromas.com entschieden, weil es hier um einen sehr konkurrenzfähigen Bereich geht. Das heißt, um den Online-Vertrieb von Gastronomie-Touren in Italien, um genauer zu sein in Rom in der Hauptstadt. Ich möchte daran erinnern, dass die Wettbewerbsfähigkeit eines Keys sich nicht durch seine Traffic-Fähigkeit kennzeichnet, sondern durch die Anwesenheit von Mitbewerbern, die ähnliche Keys benutzen. Sie werden merken, dass in diesem Bereich die Konkurrenz sehr, aber wirklich sehr stark ist. Was heißt das? Für den Großteil von Keys gibt es große Portale wie TripAdvisor oder Booking, Eating Italy und viele andere. Daher geht man meistens davon aus, dass diese großen Portale über eine SEO verfügen. Sie lassen sich bestimmt von sehr fähigen SEO-Agencies und Experten helfen. Wir werden jedoch erkennen, dass dieses einfache WordPress schon sehr viel kann. Es kann mit Ihnen mithalten, auf hohem Niveau. Gehen wir nun über in ein anonymes Navigationsfenster, damit wir sicher gehen können, dass die Keys uns eindeutig und klare Antworten liefern. Diese Keys können auch Sie testen. Wie werden wir in diesem Lektion lernen? Wir suchen nach dem ersten Schlüssel gemäß unserer berühmten Aufteilung in den Feldern A, B und C jeweils mit zwei Wörtern. Schauen wir uns das gemeinsam an. Feld A – bezahlbares Essen. Feld B – private Probe, private Verkostung. Feld C – Rom Trastevere. In Feld A sehen wir, dass es hier, dass hier ein Objekt ausgesucht wurde, in Feld B, eine Verstärkung und einen Ort in Feld C. Wenn wir nach diesem Schlüssel in Google suchen, so bekommen wir folgende Antwort. Wie Sie hier sehen können, es gibt große Mitbewerber. TripAdvisor, Eating Italy, Food Rome, Working Inside Roma und viele andere. Aber auf jeden Fall ist unser WordPress hervorragend positioniert. Versuchen wir nun, den Schlüssel auszutauschen. Wir nutzen unsere mathematische Logik dafür. Daher fügen wir in Feld C den Ort ein, und zwar nicht mehr in Rom Trastevere, sondern wir bewegen uns in ein anderes Viertel von Rom. Römisches Ghetto. Es gibt immer sehr starke Mitbewerber, aber immer hinter unserem WordPress. Versuchen wir, wieder den Schlüssel zu tauschen, geben wir eine andere Ortschaft in Rom ein. Eine berühmte Ortschaft ist Destacio Market. Es ändern sich zwar dabei die Schlüssel, aber das Ergebnis bleibt stets das gleiche. Unser WordPress, auch mit unterschiedlichen Seiten, bleibt immer vor den ganz großen Unternehmen. Wir haben Tests durchgeführt, indem wir die Ortschaft geändert haben. Nun tauschen wir das Objekt aus in Feld A. Tragen wir Jewish Food ein. Jetzt können Sie das Ergebnis mit Ihren eigenen Augen sehen. Wir bleiben im Organigramm ganz oben, vor den anderen Portalen. Diese Logik funktioniert. Wenn wir zum Beispiel eine andere Wörterpaarung in A eintragen, zum Beispiel Olivenöl, so bleibt das Ergebnis das gleiche. Dasselbe passiert, wenn wir die Attribute in B verändern, wie zum Beispiel, wenn wir Best Tasting einfügen. Tauschen wir die Begriffe in B um und fügen Tasting Tour ein. Wie Sie sehen können, die Keys ändern sich, die Mitbewerber ändern sich, aber das Ergebnis bleibt stets dasselbe. Dasselbe exzellente Ergebnis. So können wir nun mit unendlich vielen Schlüsseln weitermachen. Wie Sie sehen können, sobald Sie gelernt haben, wie die Schreib- und Veröffentlichungsregeln funktionieren, so können Sie exzellente Ergebnisse erziehen. Kontrollieren wir nun die Anwendung, mit der wir arbeiten. Können Sie sich an unsere Ratschläge bezüglich der Schreibregeln erinnern? Drei Tags müssen im SERP sein und drei auf der Seite. Welche drei Tags finden Sie in dieser SERP? Unsere URL, unser Meta-Title, unsere Meta-Description. Nun schauen wir uns diese Seite an und öffnen sie, um nachzuschauen, wie die drei weiteren Tags verwaltet wurden, nämlich H1, H2 und Paragraph. Diese hier ist unsere Seite. Wie Sie sehen können, dies ist ein modernes Template, voll mit Funktionen und einem sehr gut gemanagten Quellcode. Dies ist mein H1. Wir wählen ihn aus, schauen, prüfen. Perfekt. Nun kontrollieren wir unseren Teil K2. Genauso wie vorhin, wir wählen aus, schauen, prüfen. Sehr gut. Nun den Paragraphen. Wir wählen alles aus, rechte Taste und prüfen. Perfekt. Nun schauen wir uns die Sitemap dieser Seite an. Wir tragen Sitemap XML ein nach der Domain. Wie Sie sehen können, die Sitemap ist vorhanden und verfügt über sehr gut strukturierte Seiten. Diese hier. Nun müssen wir nur noch die letzten Sachen überprüfen. Wo wurde die Indexseite für das SEO-Projekt eingefügt? Bitte vergessen Sie dabei nie die Usability-Regeln. Gemäß dieser Regeln müssen alle Seiten erreichbar sein, sowohl durch die Sitemap wie auch intern. Wenn wir nach einer ganz bestimmten Seite suchen, so finden wir diese sicherlich im Footer. Unser Index ist dieser links. Tour-ROM-Index. Durch diese Seite können die Spiders alle Seiten des SEO-Projektes durchgehen. Aus diesem Konzept bestehen die Usability-Regeln. Nun müssen wir nur noch die Regeln bezüglich der 500 Seiten im WordPress kontrollieren. Wir können das Ganze über DB in Google durchführen für diese Seite durch die Taste Site. Ich trage in der Google-Suchleiste die URL der Seite Site ein und überprüfe. Wie Sie sehen können, Google antwortet mir und sagt mir, wie viele Seiten hier drin sind. Es sind 501 Seiten, die 500 Seiten für unsere Keys plus die einzelne Indexseite, welche alle zusammenfasst. Wenn wir die Seiten durchgehen, so finden wir auch etwas komplexere Strategien im Meta-Teilton. Dieses Konzept gehört zur modernen SEO. Wir realisieren ein Projekt gemäß bestimmter Regeln durch das Berechnen einer Strategie. Wenn wir uns dieses WordPress anschauen, so ist es sicherlich sehr schön und reichhaltig. Aus diesem Grund wird auch der Quellcode sicherlich sehr kompliziert sein. Was müssen Sie jetzt können? Über welche Eigenschaften müssen Sie verfügen? Sie müssen fähig sein zu lernen, wie man ein gutes Template für die SEO vorbereitet. Dies ist auch der Grund, weshalb wir diese Übung durchführen. Wenn Sie eine gute Arbeit leisten, so wird auch ein möglicher Student der unseren Lehrgangbesuch eine exzellente Arbeit durchführen. Wir wollten Ihnen dieses Beispiel zeigen und nicht den Fall eines großen Unternehmens, damit Sie sehen können, dass ein Student, sobald er das System erlernt und verinnerlicht hat, sogar große Unternehmen wie TripAdvisor schlagen kann. Ein großes Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf unsere nächste Lektion. In der kommenden Lektion werden wir wieder eine Übung durchführen und wir starten dabei von unserem Template. Bis zum nächsten Mal.